Oh, da knabbert was an mir rum. Du spinnst. Ich will nach Hause. Es stinkt. Was hier stinkt, ist dein Hirn. Du dämlicher Krawattenarsch. Auf der Seite der Prinzessin ist immer was los. Sehr, sehr subtile Überleitung. Da schießen wir doch kein Tor! Zum Beispiel, wenn man was Schlechtes gemacht hat, kommen meine Ameisen wieder zur Welt. Regine? Ah, shit. Hallo. Die Grundidee dieses Manuskriptes ist es, verschiedene Nummern geheim und unbemerkt durchzuführen. Ich bin jedenfalls auch dafür, dass wir einen Arzt rufen. Morgen, Nase, Jeff. Ein schönes Tag, so wie so. Terroristen werden unsere Artimitionen in einem Datasystem. Aber ist das nicht so surprising? Ich komme mit dir. Watch yourself in. Die Geschichte ist so alt, wie ich bin. Kann niemand ihn schlafen? Eine Geschichte über einen König. Schau an mich! Aber dann, ein Tag, es war weg. Du bist der Chef bei den Königreichen. Du bist vollkommen frei. Oh, mein Gott. Derrick, niemand auf dem Team hat einen Gesicht von dir. Ich habe den Königreichen. Ich bin ein isso und ich bin ein richtiges Leben. Sollte den Königreichen. Vielen Dank.